Zum Ersten, er hasst grelles Licht, das wissen wir schon. Ihr dürft ihn also niemals der Sonne aussetzen. Sonnenlicht tötet ihn. Zum Zweiten, nie mit Wasser in Brüder bringen. Gib ihm nie Wasser zu trinken. Und auf keinen Fall darfst du ihn baden. Und der wahrscheinlich wichtigste Punkt ist, du darfst ihn niemals nach Mitternacht füttern. Ist das klar? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020